UNICORN ZOMBIE APOKALYPS Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier Oxygen187, so ich hab für euch ein neues Video. Diesmal kein Glitch-Video, sondern dass ich nach 10 Monaten endlich wieder zurück bin und für meine Abonnenten wieder da bin. Ich find das richtig cool von euch, dass ihr trotzdem zu mir gestanden seid, obwohl ich keine Videos in den 10 Monaten hochgeladen habe. Ich bin, glaub, mit 1280 plus minus Abonnenten gegangen und ich bin wieder zurückgekommen und hatte plötzlich 1780 Abonnenten, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich find das richtig cool von euch. Ihr seid richtig treue Abonnenten. Und ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen bei euch bedanken, bei euch Abonnenten. Und ich werde ab heute wieder das Beste geben, das Beste für euch. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es viele Fragen sind, werde ich sie natürlich in einem paralleles Video beantworten. Wenn es nicht der Fall ist, schreibe ich euch unter das Kommentar eine Antwort. Natürlich möchte ich mich auch bei meinen YouTubern Kollegen bedanken, dass sie mich auch so taf unterstützt haben. Vielen Dank an euch und ich lasse euch jetzt im Hintergrund das Gameplay laufen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wie gesagt, jeder Like, jeder Abonnent motiviert mich, mehr Videos hochzuladen. Peace out 3, mein Name ist Oxygen. Ciao, bis zum nächsten Mal. 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 Ciao. 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 Ciao.